Einen wunderschönen guten Morgen! Hier ist Robert Grabtke und das Wecker-Team. Frag an unsere Meteorologin Sigi Fink. Werden es heuerweise Weihnachten geben? Sag ich nicht. Komm schon, Sigi. Auf meinem Satellitenbild schneit es jedenfalls. Sandra König, wie tut es sich auf Österreich-Straßen? Autobahn 2412, bitte nicht vergessen, eine Rettungsgasse zu bilden, dass das Christkind durch kann. Christkind sehe ich keines, aber ich sehe, was du nicht siehst. Und da ist der Ö3-Mikromantum-Ballet. Heute frage ich mal nach. Wie viele Türen hat ein Adventskalender? 24. Wir müssen es wissen, denn wir sind Peter und Peter. Wir essen Schokolade bis hier bis später. Zu Weihnachten sind wir doch alle Kinder. Das ganze Ö3-Team wünscht. Frohe Weihnachten!